Inzwischen hatte im Hause des Deichgrafen sich ein frohes Ereignis vorbereitet. Im neunten Ehejahre war noch ein Kind geboren worden. Es war rot und hutzelig und wog sieben Pfund, wie es für neugeborene Kinder sich gebührt, wenn sie, wie dieses, dem weiblichen Geschlechter angehören. Nur sein Geschrei war wunderlich verhohlen und hatte der Wehmutter nicht gefallen wollen. Das Schlimmste war, am dritten Tage lag Elke im hellen Kindbettfieber, redete Irrsal und kannte weder ihren Mann noch ihre alte Helferin. Die unbändige Freude, die Hauke beim Anblick seines Kindes ergriffen hatte, war zu Trübsal geworden. Der Arzt aus der Stadt war geholt, er saß am Bette und fühlte den Puls und verschrieb und sah ratlos um sich her. Hauke schüttelte den Kopf, der hilft nicht, nur Gott kann helfen. Er hatte sich sein Eigenchristentum zurechtgerechnet, aber es war etwas, das sein Gebet zurückhielt. Als der alte Doktor davon gefahren war, stand er am Fenster in den winterlichen Tag hinausstarrend und während die Kranke aus ihren Fantasien aufschrie, schränkte er die Hände zusammen. Er wusste selber nicht, war es aus Andacht oder war es nur, um in der ungeheuren Angst sich selber nicht zu verlieren. »Wasser! Wasser! Das Wasser!« wimmerte die Kranke. »Halt mich!« schrie sie. »Halt mich, Hauke!« Dann sank die Stimme, es klang, als ob sie weinte. »In See! Ins Haff hinaus! O lieber Gott! Ich sehe nimmer wieder!« Da wandte er sich und schob die Wärterin von ihrem Bette. Er fiel auf seine Knie, umfasste sein Weib und riss sie an sich. »Elke! Elke! So kenn mich doch! Ich bin ja bei dir!« Aber sie öffnete nur die fieberglühenden Augen weit und sah, wie rettungslos verloren um sich. Er legte sie zurück auf ihre Kissen. Dann krampfte er die Hände ineinander. »Herr, mein Gott!« schrie er, »nimm sie mir nicht! Du weißt, ich kann sie nicht entbehren!« Dann war es, als ob er sich besinne, und leiser setzte er hinzu. »Ich weiß ja wohl, du kannst nicht alle Zeit, wie du willst! Auch du nicht! Du bist allweise! Du musst nach deiner Weisheit tun! O Herr, sprich nur durch einen Hauch zu mir!« Es war, als ob plötzlich eine Stille eingetreten sei. Er hörte nur ein leises Atmen. Als er sich zum Bette kehrte, lag sein Weib in ruhigem Schlaf. Nur die Wärterin sah mit entsetzten Augen auf ihn. Er hörte die Tür gehen. »Wer war das?« frug er. »Herr, die Magd an Grete ging hinaus. Sie hatte den Warenkopf hereingebracht.« »Was sieht sie mich denn so verfahren an, Frau Lefke?« »Ich? Ich habe mich ob eurem Gebet erschrocken. Damit betet ihr keinen vom Tode los!« Hauke sah sie mit seinen durchdringenden Augen an. »Besucht sie denn auch, wie unsere Angrete, die Konventikel bei dem holländischen Flickschneider Jantje?« »Ja, Herr, wir haben beide den lebendigen Glauben.« Hauke antwortete ihr nicht. Das damals stark im Schwanger gehende separatistische Konventikelwesen hatte auch unter den Friesen seine Blüten getrieben. Heruntergekommene Handwerker oder wegen Trunkes abgesetzte Schulmeister spielten darin die Hauptrolle, und Dirnen, junge und alte Weiber, Faulenzer und einsame Menschen liefen eifrig in die heimlichen Versammlungen, in denen jeder den Priester spielen konnte. Aus des Deichgrafenhauses brachten an Grete und der in sie verliebte Dienstjunge ihre freien Abende dort zu. Freilich hatte Elke ihre Bedenken darüber gegen Hauke nicht zurückgehalten. Aber er hatte gemeint, in Glaubenssachen solle man keinem dreinreden. Das schade niemandem und besser dort doch als im Schnapskrug. So war es dabei geblieben und so hat er auch jetzt geschwiegen. Aber freilich, über ihn schwieg man nicht. Seine Gebetsworte liefen um von Haus zu Haus. Er hatte Gottes Allmacht bestritten. Was war ein Gott denn ohne Allmacht? Er war ein Gottesleugner. Die Sache mit dem Teufelspferde mochte auch am Ende richtig sein. Hauke erfuhr nichts davon. Er hatte in diesen Tagen nur Ohren und Augen für sein Weib. Selbst das Kind war für ihn nicht mehr auf der Welt. Der alte Arzt kam wieder, kam jeden Tag, mitunter zweimal, blieb dann eine ganze Nacht, schrieb wieder ein Rezept und der Knecht Iven Jons ritt damit im Fluge zur Apotheke. Dann aber wurde sein Gesicht freundlicher. Er nickte dem Deichgrafen vertraulich zu. Es geht, es geht, mit Gottes Hilfe. Und eines Tages hatte nun seine Kunst die Krankheit besiegt oder hatte auf Haukes Gebet der liebe Gott doch noch einen Ausweg finden können. Als der Doktor mit der Kranken allein war, sprach er zu ihr und seine alten Augen lachten. Frau, jetzt kann ich getrost euch sagen, heute hat der Doktor seinen Festtag. Es stand schlimm um euch, aber nun gehöret ihr wieder zu uns, zu den Lebendigen. Und da brach es wie ein Strahlenmeer aus ihren dunklen Augen. »Hauke, Hauke, wo bist du?« rief sie und als er auf den hellen Ruf ins Zimmer und an ihr Bett stürzte, schlug sie die Arme um seinen Nacken. »Hauke, mein Mann, gerettet, ich bleibe bei dir!« Da zog der alte Doktor sein Seidenschnupftuch aus der Tasche, fuhr sich damit über Stirn und Wangen und ging kopfnickend aus dem Zimmer. Am dritten Abend nach diesen Tagen sprach ein frommer Redner. Es war ein vom Deichgrafen aus der Arbeit gejagter Pantoffelmacher im Konventikel bei dem holländischen Schneider, da er seinen Zuhörern die Eigenschaften Gottes auseinandersetzte. Wer aber Gottes Allmacht widerstreitet, wer da sagt, ich weiß, du kannst nicht, was du willst, wir kennen den Unglückseligen ja alle, er lastet gleich einem Stein auf der Gemeinde, der ist von Gott gefallen und suchet den Feind Gottes, den Freund der Sünde zu seinem Tröster, denn nach irgendeinem Stabe muss die Hand des Menschen greifen, ihr aber hütet euch vor dem, der also betet. Sein Gebet ist Fluch. Auch das lief um von Haus zu Haus. Was läuft nicht um in einer kleinen Gemeinde? Und auch zu Haukes Ohren kam es. Er sprach kein Wort darüber, nicht einmal zu seinem Weibe. Nur mitunter konnte er sie heftig umfassen und an sich ziehen. Bleib mir treu, Elke, bleib mir treu. Dann sahen ihre Augen voll staunend zu ihm auf, dir treu? Wem sollte ich denn anders treu sein? Nach einer kurzen Weile aber hatte sie sein Wort verstanden. Ja, Hauke, wir sind uns treu, nicht nur, weil wir uns brauchen. Und dann ging jedes seinen Arbeitsweg. Das wäre soweit gut gewesen, aber es war doch trotz aller lebendigen Arbeit eine Einsamkeit um ihn und in seinem Herzen nistete sich ein Trotz und abgeschlossenes Wesen gegen andere Menschen ein. Nur gegen sein Weib blieb er alle Zeit der Gleiche. Und an der Wege seines Kindes lag er abends und morgens auf den Knien, als sei dort die Stätte seines ewigen Heiles. Gegen Gesinde und Arbeiter aber wurde er strenger. Die Ungeschickten und Fahrlässigen, die er früher durch ruhigen Tadel zurechtgewiesen hatte, wurden jetzt durch hartes Anfahren aufgeschreckt und Hauke ging mitunter leise bessern. Als der Frühling nahte, begannen wieder die Deicharbeiten. Mit einem Karjedeich wurde zum Schutz der jetzt aufzubauenden neuen Schleuse die Lücke in der westlichen Deichlinie geschlossen, halbmondförmig nach innen und ebenso nach außen. Und gleich der Schleuse wuchs allmählich auch der Hauptdeich zu seiner immer rascher herzustellenden Höhe empor. Leichter wurde dem leitenden Deichgrafen seine Arbeit nicht, denn anstelle des im Winter verstorbenen Hebermanners war Ole Peters als Deichgevollmächtigter eingetreten. Hauke hatte nicht versuchen wollen, es zu verhindern, aber anstatt der ermutigenden Worte und der dazugehörigen zutunlichen Schläge auf seine linke Schulter, die er so oft von dem alten Paten seines Weibes einkassiert hatte, kamen ihm jetzt von dem Nachfolger ein heimliches Widerhalten und unnötige Einwände und waren mit unnötigen Gründen zu bekämpfen. Denn Ole gehörte zwar zu den Wichtigen, aber in Deichsachen nicht zu den Klugen. Auch war von früher her der Schreiberknecht ihm noch immer im Wege. Der glänzendste Himmel breitete sich wieder über Meer und Marsch, und der Kok wurde wieder bunt von starken Rindern, deren Gebrüll von Zeit zu Zeit die weite Stille unterbrach. Unablässig sangen in hoher Himmelsluft die Lerchen. Aber man hörte es erst, wenn einmal auf eines Atemzuges Länge der Gesang verstummt war. Kein Unwetter störte die Arbeit, und die Schleuse stand schon mit ihrem ungestrichenen Balkengefüge, ohne dass auch nur in einer Nacht sie eines Schutzes von dem Interimsdeich bedurft hätte. Der Herrgott schien seine Gunst dem neuen Werke zuzuwenden. Auch Frau Elkes Augen lachten ihrem Manne zu, wenn er auf seinem Schimmel draußen von dem Deiche nach Hause kam. »Bist doch ein braves Tier geworden«, sagte sie dann und klopfte den blanken Hals des Pferdes. Hauke aber, wenn sie das Kind am Halse hatte, sprang er ab und ließ das winzige Dinglein auf seinen Armen tanzen. Wenn dann der Schimmel seine braunen Augen auf das Kind gerichtet hielt, dann sprach er wohl, »Komm her, sollst auch die Ehre haben.« und er setzte die kleine Wienke, denn so war sie getauft worden, auf seinen Sattel und führte den Schimmel auf der Werft im Kreise herum. Auch der alte Eschenbaum hatte mitunter die Ehre. Er setzte das Kind auf einen schwanken Ast und ließ es schaukeln. Die Mutter stand mit lachenden Augen in der Haustür. Das Kind aber lachte nicht. Seine Augen, zwischen denen ein feines Näschen stand, schauten ein wenig stumpf ins Weite und die kleinen Hände griffen nicht nach dem Stöckchen, das der Vater ihr hinhielt. Hauke achtete nicht darauf, er wusste auch nichts von so kleinen Kindern. Nur Elke, wenn sie das helläugige Mädchen auf dem Arm ihrer Arbeitsfrau erblickte, die mit ihr zugleich das Wochenbett bestanden hatte, sagte mitunter schmerzlich, »Das meine ist noch nicht so weit wie deines, Stina.« Und die Frau, ihren dicken Jungen, den sie an der Hand hatte, mit derber Liebe schüttelnd, rief dann wohl, »Ja, Frau, die Kinder sind verschieden. Der da, der stahl mir schon die Äpfel aus der Kammer, bevor er übers zweite Jahr hinaus war.« Und Elke strich dem dicken Buben sein Kraushaar aus den Augen und drückte dann heimlich ihr stilles Kind ans Herz. Als es in den Oktober hineinging, stand an der Westseite die neue Schleuse schon fest in dem von beiden Seiten schließenden Hauptdeich, der bis auf die Lücken bei dem Priele nun mit seinem sanften Profile ringsum nach den Wasserseiten abfiel und um 15 Fuß die ordinäre Flut überragte. Von seiner Nordwestecke sah man an Jevershallig vorbei, ungehindert in das Wattenmeer hinaus. Aber freilich auch die Winde fassten hier Schärfe. Die Haare flogen, und wer hier ausschauen wollte, der musste die Mütze fest auf dem Kopfer haben. Zu Ende November, wo Sturm und Regen eingefallen waren, blieb nur noch hart am Alten Deich die Schlucht zu schließen, aus deren Gründe an der Nordseite das Meerwasser durch den Priel in den neuen Kok hineinschoss. Zu beiden Seiten standen die Wände des Deiches, der Abgrund zwischen ihnen musste jetzt verschwinden. Ein trocken Sommerwetter hätte die Arbeit wohl erleichtert, aber auch so musste sie getan werden, denn ein aufbrechender Sturm konnte das ganze Werk gefährden. Und Hauke setzte alles daran, um jetzt den Schluss herbeizuführen. Der Regen strömte, der Wind pfiff, aber seine hagere Gestalt auf dem feurigen Schimmel tauchte bald hier, bald dort, aus den schwarzen Menschenmassen empor, die oben wie unten an der Nordseite des Deiches neben der Schlucht beschäftigt waren. Und jetzt sah man ihn unten bei den Sturzkarren, die schon weit her die Kleierde aus dem Vorlande holen mussten und von denen eben ein gedrängter Haufen bei dem Prieler anlangte und seine Last dort abzuwerfen suchte. Durch das Geklatsch des Regens und das Brausen des Windes klangen von Zeit zu Zeit, die scharfen Befehlsworte des Deichgrafen, der heute hier allein gebieten wollte. Er rief die Karren nach den Nummern vor und wies die Drängenden zurück. Ein Halt! scholl von seinem Munde, dann ruhte unten die Arbeit. Stroh! Ein Fuder! Stroh hinab! rief er denen droben zu und von einem der oben haltenden Fuder stürzte es auf den nassen Klai hinunter. Unten sprangen Männer dazwischen, zerrten es auseinander und schrien nach oben, sie nur nicht zu begraben. Und wieder kamen neue Karren und Hauke war schon wieder oben und sah von seinem Schimmel in die Schlucht hinab und wie sie dort schaufelten und stürzten. Dann warf er seine Augen nach dem Haff hinaus. Es wehte scharf und er sah, wie mehr und mehr der Wassersaum am Deich hinaufklimmte und wie die Wellen sich noch höher hoben. Er sah auch, wie die Leute trieften und kaum atmen konnten in der schweren Arbeit vor dem Winde, der ihnen die Luft am Munde abschnitt und vor dem kalten Regen, der sie überströmte. Ausgehalten, Leute! Ausgehalten! schrie er zu ihnen hinab. Nur einen Fuß noch höher, dann ist's genug für diese Flut. Und durch alles Getöse des Wetters hörte man das Geräusch der Arbeiter, das Klatschen der hineingestürzten Kleimassen, das Rasseln der Karren und das Rauschen des von oben hinabgelassenen Strohs ging unaufhaltsam vorwärts. Dazwischen war mitunter das Winseln eines kleinen gelben Hundes laut geworden, der frierend und wie verloren zwischen Menschen und Fuhrwerken herumgestoßen wurde. Plötzlich aber scholl ein jammervoller Schrei des kleinen Tieres von unten aus der Schlucht herauf. Hauke blickte hinab. Er hat es von oben hinunterschleudern sehen. Eine jähe Zornesröte stieg ihm ins Gesicht. »Halt! Haltet ein!« schrie er zu den Karren hinunter, denn der nasse Klei wurde unaufhaltsam aufgeschüttet. »Warum?« rief eine rauhe Stimme von unten herauf. »Doch um die elende Hundekreatur nicht!« »Halt!« sag ich, schrie Hauke wieder, »bringt mir den Hund!« »Bei unserem Werke soll kein Friefel sein!« Aber es rührte sich keine Hand, nur ein paar Spaten zähn Gleis flogen noch neben das schreiende Tier. Da gab er seinem Schimmel die Sporen, dass das Tier einen Schrei ausstieß und stürmte den Deich hinab und alles wich vor ihm zurück. »Den Hund!« schrie er. »Ich will den Hund!« Eine Hand schlug sanft auf seine Schulter, als wäre es die Hand des alten Jebe Manners. Doch als er umsah, war es nur ein Freund des alten. »Nehmt euch in Acht, Deichgraf!« raunte der ihm zu. »Ihr habt nicht Freunde unter diesen Leuten! Lasst es mit dem Hunde gehen!« Der Wind pfiff, der Regen klatschte, die Leute hatten die Spaten in den Grund gesteckt, einige sie fortgeworfen. Hauke neigte sich zu dem Alten. »Wollt ihr meinen Schimmel halten?« Hauke Jens, frug er. Und als jener noch kaum den Zügel in der Hand hatte, war Hauke schon in die Kluft gesprungen und hielt das kleine, winselnde Tier in seinem Arm. Und fast im selben Augenblick saß er auch wieder hoch im Sattel und sprengte auf den Deich zurück. Seine Augen flogen über die Männer, die bei den Wagen standen. »Wer war es?« rief er. »Wer hat die Kreatur hinabgeworfen?« Einen Augenblick schwieg alles, denn aus dem hageren Gesicht des Deichgrafen sprühte der Zorn, und sie hatten abergläubische Furcht vor ihm. Da trat von einem Fuhrweg ein schiennackiger Kerl vor ihn hin. »Echt hat es nicht, Deichgraf«, sagte er, und bis von einer Rolle kaut Tabak ein Entchen ab, das er sich erst ruhig in den Mund schob. »Aber der Staat hat Recht getan. Soll euer Deich sich halten, muss was Lebiges hinein.« »Was Lebiges? Aus welchem Katechismus hast du das gelernt?« »Aus keinem Herr«, entgegnete der Kerl, und aus seiner Kehle stieß ein freches Lachen. »Das haben unsere Großväter schon gewusst, die sich mit euch im Christentum wohl messen durften. Ein Kind ist besser noch. Wenn das nicht da ist, tut's auch wohl ein Hund.« »Schweig du mit deinen Heidenlehren«, schrie ihn Hauke an. »Es stopfte besser, wenn man dich hineinwürfe.« »Oho!« erscholl es. Aus einem Dutzend Kehlen war der laut gekommen, und der Deichgraf gewahrte ringsum grimmige Gesichter und geballte Fäuste. Er sah wohl, dass das keine Freunde waren. Der Gedanke an seinen Deich überfiel ihn wie ein Schrecken. Was sollte werden, wenn jetzt alle ihre Spaten hinwürfen?« Und als er nun den Blick nach unten richtete, sah er wieder den Freund des alten Jewe Manners. Der ging dort zwischen den Arbeitern, sprach zu dem und jenen, lachte hier einem zu, klopfte dort mit freundlichem Gesicht einem auf die Schulter. Und einer nach dem anderen fasste wieder seinen Spaten. Noch einige Augenblicke, und die Arbeit war wieder in vollem Gange. Was wollte er denn noch? Der Priel musste geschlossen werden, und den Hund warg er sicher genug in den Falten seines Mantels. Mit plötzlichem Entschluss wandte er seinen Schimmelten gegen den nächsten Wagen. »Stroh an die Kante«, rief er herrisch, und wie mechanisch gehorchte ihm der Fuhrknecht. Bald rauschte es hinab in die Tiefe, und von allen Seiten regte es sich aufs Neue mit allen Armen. Eine Stunde war noch so gearbeitet, es war nach sechs Uhr, und schon brach tiefe Dämmerung herein. Der Regen hatte aufgehört. Da rief Hauke die Aufseher an sein Pferd. »Morgen früh vier Uhr«, sagte er, »ist alles wieder auf dem Platz, der Mond wird noch am Himmel sein, da machen wir mit Gott den Schluss, und dann noch eines«, rief er, als sie gehen wollten, »kennt ihr den Hund?« Und er nahm das zitternde Tier aus seinem Mantel. Sie verneinten dass nur einer sagte, »der hat sich tagelang schon im Dorf herumgebettelt, der gehört gar keinem.« »Dann ist er mein«, entgegnete der Deichgar, »vergesst nicht, morgen früh vier Uhr« und ritt davon. Als er heimkam, trat Anne Grete aus der Tür. Sie hatte saubere Kleidung an und es fuhr ihm durch den Kopf, sie geht zum Konventikelschneider. »Halt die Schürze auf«, rief er ihr zu, und da sie es unwillkürlich tat, warf er das kleibeschmutzte Hündlein hinein, »bring ihn der kleinen Wienke, er soll ihr Spielkamerad werden, aber wasch und wärm ihn zuvor, so tust du auch ein gottgefälliges Werk, denn die Kreatur ist schier verklommen.« Und Anne Grete konnte nicht lassen, ihrem Wirt gehorsam zu leisten und kam deshalb heute nicht in den Konventikel. » » « Vielen Dank.